Zwei Menschen aus verschiedenen Welten. Willkommen Australien. Sie würden sich bestimmt viel wohler fühlen, wenn Sie sich etwas weniger einschnüren würden. Sehen Sie lieber auf die Straße. Mr. Drover, es gibt nur ein Zelt. Wir sind nicht gewöhnt an... Eine Frau? Gäste. Wir sind nicht an Gäste gewöhnt, wollte ich sagen. Was ein Mann kann, kann ich auch. Das meinen Sie nicht ernst. Bringt das Pferd. Na, das wird interessant. Ihre Leidenschaft widersetzte sich allen Regeln. Die gehen mir aus dem Weg und ich den. So ist das. Nur weil es so ist, heißt das nicht, dass es so sein muss. Ihre Liebe widersetzte sich dem Schicksal. Nicole Kidman. Ich werde dich finden. Was auch geschieht, was es auch kostet. Hugh Jackman. Du musst stark sein. Kannst du das? Wir dürfen Sie nicht gewinnen lassen. Wir dürfen nicht. Australia. Ab Weihnachten.